Heute bei strahlendem Sonnenschein. Eigentlich wollte ich kein Video machen, aber ich glaube, das wäre eine Sünde. Deswegen kommt mit. Vielleicht wird es ein bisschen kürzer als gewohnt, aber bestimmt leider geil. Eigentlich ist es gut zum Gehen, aber ganz schön windig und dementsprechend trotzdem ein bisschen ungemütlich. Die Sonne spitzelt schon über den Grat. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber. Blick Richtung Kaiser und zu Ali und Niko runter. Gerade erreicht. Panorama jetzt natürlich noch geiler. Und hier sehen wir unseren Gipfel. Rechts davon der kleine Rettenstein. Dann raus Gruber und großer Rettenstein. Und das ist dann die Aussicht vom Gipfel aus, bevor es auch direkt in die Abfahrt reingeht. Wow, so toll. Das war schon gut. Super. Oh Mann. Wow. Iben hat es auch gefallen. Das tut er nur so. Wow. Hallo. 1 Bis zum nächsten Mal. 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 Aber da ist der Schnee schon vorne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.